Wenn du vor einiger Zeit wegen Cannabis deinen Führerschein verloren hast, dann bleib dran und sieh das Video bis zum Ende. Die Liberalisierung von Cannabis hat zu einigen Änderungen im Strafrecht und im Ordnungswidrigkeitenrecht geführt. Ganz wichtig ist aber für dich die Änderung in der Fahrerlaubnisverordnung. Wenn die Fahrerlaubnisbehörde von dir bislang verlangt hat, dass du eine medizinisch-psychologische Untersuchung, die sogenannte MPU, machen lassen musst, dann kann das nach der neuen Rechtslage völlig anders aussehen und die Rechtslage gilt auch für Altfälle. Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen, damit du eine Wiedererteilung der Fahrerlaubnis beantragen kannst, ohne eine MPU machen zu müssen. Du darfst lediglich einmal im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Cannabis aufgefallen sein. Es darf sich nicht um einen Mischkonsum gehandelt haben, also Cannabis mit Alkohol, Cannabis mit anderen Betäubungsmitteln, sondern nur Cannabis. Der THCC-OOH-Wert, also die sogenannte Carbonsäure, darf nicht höher gewesen sein als 150 Nanogramm pro Milliliter. Es dürfen keine Anhaltspunkte für Cannabisabhängigkeit oder Cannabis-Missbrauch vorliegen. Wenn dir die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen worden ist und du die oben dargestellten Voraussetzungen erfüllst, dann können wir dir vielleicht helfen, deine Fahrerlaubnis ohne MPU zurückzubekommen. Auch wenn du einen der Punkte nicht erfüllst, das Ganze aber schon mehr als 15 Jahre her ist, dann kann es sein, dass du ohne MPU die Fahrerlaubnis zurückbekommst. Wende dich dazu bitte direkt an uns, wir beraten dich dazu. Wichtig ist für dich, bevor du irgendwelche Schritte einleitest, also bevor du irgendwelche Stellungnahmen gegenüber der Behörde abgibst oder bevor du vielleicht sogar eine MPU, die du schon gemacht hast, der Behörde vorlegst, red mit deinen Anwälten, die beraten dich dazu, eine schlechte, also negative MPU schadet nur, wenn du gar keine MPU machen müsstest und legst eine negative vor, dann geht das zu deinen Lasten aus. Und ganz wichtig auch, wenn die Fahrerlaubnis bei dir noch nicht entzogen ist, sondern du befindest dich aktuell in einem Verfahren, in dem die Entziehung der Fahrerlaubnis droht, dann ist es umso wichtiger, jetzt anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, dann übernimmt die in der Regel auch die Kosten der Verteidigung eines solchen Verfahren. Auch dann kannst du dich gerne an uns wenden. Über den Link in der Bio findest du unsere Homepage. Such da nach dem Punkt Cannabis- bzw. Bußgeldverfahren und gib deine Daten ein. Wir helfen dir da weiter. Also in allen Fällen erst beraten lassen, dann weitermachen. Und für alle weiteren Infos zu dem Thema, diesem Kanal folgen. Wir helfen allen, die den Wald vor lauter Brokkoli nicht sehen. Ganz wichtig für dich auch zu wissen, die erste Einschätzung bei uns ist für dich kostenfrei. Wir sagen dir ganz transparent, ab wann es kostet.